Hasta la Bon Suave Bucachos! Hallihallo und eure Nüsse seien gekrault! Wundersweet, dass du wieder einschaltest zu Rainbow Six Siege! Locker-Modus unterwegs auf Favela im Blutrache-Modus! Blutrache, jawoll! Und wir nehmen eiskalt! GSG9 M870, Yazzi! Come on, recruit only! Come on, recruit! Come on, guys! Warte, warte, warte! Halt doch mal die Schnauze! Musst du das erstmal erklären hier, sonst... Ja, jetzt wird's irgendwie nichts werden. Das ist doch in Ordnung. Recruiter kick! Ja, okay, rausschmeißen! Kick him, please! Kick, 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 kick! Only recruit! Wir spielen Fun Mode! Du musst den Recruiter holen, und dann holst du, was du getötet hast. Du hast eine weitere Chance! Ich presse No! Aber nächste Mal holst du den Recruiter! Okay, okay, wir entschuldigen dir. Ich werde, okay. Okay, also! Ich werde, ich werde! Ja, das Ding ist, muss der jetzt nächste Runde Recruit picken, oder muss der dann picken, was, was da gekillt wird? Für die machen wir's einfacher. Wir, wir machen einfach für die, die sind auch gut. Oh, okay, meine Drohne steht. Ich bin immer draußen, ich bleib auch draußen erstmal. Die sind im ersten OG. Digga, ich hab auch wieder so keinen Plan mehr von dieser Map. Genau, geh mal ruhig vor, Nugget! Ah, ein schönes Schild hier. Warte, mach mal auf! Wow! Digga, wie besser, wenn du mich erstmal hochseilen lassen hier, Alter! Warte! 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 I am Intider! Loll! Come on! Wich ruht, toll, dann kommt der Legion oben an, Alter! Ich hab doch grade... Ich hab so ein schöner Kill mit der Pumpgun von oben, Alter. Digger, wo?! Oben ist Legion, oben ist Legion. Der kleine Wichser. Kill ihn! Ich renne nach oben, ich renne nach oben. Ich messer ihn. Okay, messer ihn. Am Drop ist er. Ja, ging nicht! Soll sie messern! Ja, ging doch nicht! Bruder, skitter! Der hat mich ja auch angeguckt. Der hat mich angeguckt, nein. Ja, lauf drauf zu, lauf nach rechts, lauf nach links. Digga, Flash, Alter. Ey, ich hab so geil, ich bin oben reingekommen, an der Hedge, wo er war, weißt du? Die hab ich aufgeschossen mit der Pumpgun. Unten drunter war sogar einer und in dem Moment, wo ich abdrücke, ich hab ihn einmal getroffen unter mir. Und dann werde ich vom Legion von der Seite weggefickt, ey. Okay, also, Legion hab ich gekillt. Aber nein, Legion hat noch wen gekillt, ich darf nicht. Echt? Ja. Aber der andere pickt auf jeden Fall auch Rekrut, also dürfte ich theoretisch Legion picken. Nein, darfst du nicht. Nein, okay. So, wir nehmen die S.A.S. Truppe! Mit Auto Pumpgun. Oh yeah! In euer Gesicht. Nice Team! Er schreibt sogar Lavia, Muchachos. Er ist richtig in unserem Outly Recruit Modus eingestiegen, Alter. Okay, können wir irgendwas aufschießen? Ja, ich denke, können wir aufschießen. Digga, mach ich erstmal die Wand zu. Ja? Ich wohne entdeck. Oh Scheiße, welche Wand machen wir denn zu? Ja, die Außenwände am besten, ne? Da ist noch und da ist noch. Heiliges! Alter, warte mal, jetzt kommt Bitcher Mabossa. Warte mal, schnell nach oben gehen. Uh, uh, schnell nach oben, schnell nach oben. Der Flitzer macht Wasser, meinst du? Ja, ja. Hallo! Hallo! Äh? Nur noch 5 Sekunden. Hallo! Ach ne, wo bin ich denn? Ja, warte! Die Aktionen vorbereiten. Kommt, meine Scheiße! Oh! Meinte ich, hier kommt wer, Muchachos? Nagel! Meine Wand! Nein! Ich hab... Willst du mich picken? Wuhu! Wuhu! Liga, ey! Der Diffuser ist... Nein! Nein! Ja. Oh, genau das wollte ich auch... Ah, Scheiße, Alter! Kackmuschi, Alter! Aber da oben ist noch einer, da oben ist noch einer jetzt. Hallo? Ja. Ey, Sicario, guter Mann! Ich will den haben, wo? Oben auf dem Dach, ganz oben auf dem Dach. Also... Oben auf dem Dach von... Von hier, Marvin. Ach, hier? Hier ist er jetzt. Ja, irgendwo da. Nein! Ganz oben, ganz oben. Gehst du? On top! Boah, er ist so geil! So geil! Ihr dürft jetzt nicht sterben, Alter! Wobei, ich dürfte sterben. Ich bin schon eine ohne gewonnen. Ich höre ihn hier? Ja. Ist er auf. Hallo? Digga, was für ne Muschi! Jetzt ist er unter gesprungen. Ha! Ha! Piaaa! Buh! Bleh! Rekruta-ol heul! Der macht gleich nen Freundensalto. Bäm's, Alter, richtig weggestreichelt! No. Bei mir ist er noch hinten rumgekippt. Dinga, bei mir hat er richtig talenten Salto gemacht! Ok, bleiben wir jetzt bei Rekruta-troll oder darf ich jetzt Blutdachraummäßig Jackal picken? Ja, Jackal! Wir bleiben bei Rekruta-troll! Scheiß drauf. Wobei hat ein Jekyll, Jekyll hat auch ne Pumpgun. Ich nehm auch die ganze Zeit nur Pumpgun. Irgendwie ist das ganz geil. Darf ich Jekyll Pumpgun mit Pumpgun nehmen? Dann müssen wir dich leider kicken. Dann müssen wir, warte mal, dann muss ich jetzt leider auswählen. Kicken, warte mal. Ja, dann halt nicht. Warte mal, drücken wir mal rauf hier. Egal, es hat noch nie irgendjemand Gameplay gesehen mit der Jekyll Pumpgun, hundertprozentig. Wir werden die ersten YouTuber überhaupt die Jekyll Pumpgun Gameplay haben. Und was macht ihr? Wir versauen das Ganze. Nein! Warum urinieren sie uns unter unser Recruit Gameplay? Digga, ist doch so schmoof gerade, so schön schmoof. Digga, unser ganzes Team macht mit. Digga, ist gerade so viel Liebe ist hier drin. Okay, dann müssen wir das Ding jetzt rushen, ne? Mit Pumpe rushen. Ganz unten? Oh, geil. Oh, da geh ich gerne richtig ran hier. Da geh ich gerne richtig ran. So! Kannst du unten sehen? Schakrug! Schakrug! Schakrug glänzt. Los, run, run, run! Run, boi, run! Ohhhh! Ahhhh! Lass mich runter im Scheiß hier! Digga, es war ein Meiner! Oh oh! Ich blüß dich echt bei allen im Netz, oder? Warte, warum komm ich jetzt rein? Oh! Wow! Your location has been compromised. You're dead, ich bin zufried! Run, boi, run. Please! Please! Dass du in meinen scheiß Nate reinläufst, Alter. Was für ein Nate reinläuft, du hast dir alles gern zu mir gebrochen. Ja, aber... Ja, aber... Wieso warst du da? Hauptsache, er sucht die Schuld auch noch bei anderen, ey. Wow! Oh, der letzte ist hier, glaub ich, im Club, oder? Du bist aufgeflogen. Der, jetzt ist das besser, Messer-Challenge. Knife-Challenge, komm mal, Knife. Der ist da im Raum, muss besser. Messer! Nein! Nein! Wie geil! Digga, wie ich da reingerushed bin, guck dir das an. Und ich hab daneben gelifet, ey. Ich war zu hoffen, ich hab eine Sekunde zu früh gelifet, ey. Was ein geiles Teil, ey. Die Runde war richtig lustig, Alter, richtig lustig. Guck mal, sogar das Gegner-Team feiert das, ey. Sogar das Gegner-Team feiert das. Unser Haran, der am Anfang nicht mitgemacht hat, findet das sogar das beste Match, das er jemals gemacht hat. Bestes! Alpha-Pack, 18,3%. Leider nein! Alpha-Pack, 18,3%. Leider nein! Ciao. Da war noch einer. Ich hab auf jeden Fall Legion-Trapster. Nächster. Digga, verfolg mich nicht, ich bin der tot! Jetzt rotier ich auch noch, Digga, das wird der Move, ey. Rausend auf dem Balkon ist der Glatz. Auf dem Balkon? Vor VIP. Ah, da. Oh, dann könnte ich Shisha raus-bitchen. Oh, warte mal. Ey! Das ist nicht wahr, Alter. Ivana ist fast tot. Ach, ich hab hier noch. Ey. Ihr habt hier... In der Dusche ist Jackal. Noll. Planted. Hey, ich hab doch hier den Diffuser gehabt! So, der kann nicht planten. Ist alleine im Raum. Kommt in eine Richtung, es hat angefragt. Easy, vier Kills gemacht! Digga! Geht, carried diese Runde! Alter! So, ich bin weg. Jetzt rastet Digga aus. Ey, guck, kriegst du den Drop hier noch auf? Ne, ne? So. Ja? Mach mal bitte. Denk schon. Nur, 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 wenn's wirklich geht. Wow. Ist offen. Dankeschön. Dankeschön. Einer kommt hoch? Ja. Da oben. Ach, ich will eigentlich... Eigentlich will ich zunächst mal fallen, ey. Die Gegner haben einen Entschuldung neben einer Bombe platziert. Zerstört ihn. Drüben da, ja. Entschärfer lokalisiert. Letzter verbleibende Gegner. Hier am Fenster. Pass mal abends. Am Fenster? Ja. Defuse me, dude. Lol, da war ne... Flank.